Wenn Sie gerne online chatten, mit anderen Leuten reden, würde ich Ihnen gerne ein super Programm vorstellen. Peltalk.com ist ein freies Programm. Natürlich wie in allen Programmen kann man auch dafür zahlen, wenn man mehr Features haben will. Aber die Basis Basic Version ist frei und umsonst. Sie müssen sich das einfach hier downloaden. Und dann, wenn Sie sich das downloaden, kriegen Sie ein Fenster, wie so ähnlich mit Yahoo Messenger oder MSN Messenger, wo es Ihren Screen-Name zeigt, Leute, die Sie kennen, zeigt die. Und Sie können dann natürlich auch hier verschiedene Zimmer sehen. Unter verschiedenen Interessenbereichen, Shows und Events heißt das hier, Freunde von über der ganzen Welt, Radio und Fernsehen. Gehen wir jetzt mal unter News, Neuigkeiten. Hier in Australien ist da jetzt ein Chatroom. Und hier hören Sie Leute reden und Sie sehen verschiedene Namen natürlich in dem Zimmer. Und auch Ihr Name wird dann erscheinen. Sie sehen jetzt eine Person, Sie können hier natürlich eine Kamera in dem Zimmer haben. Und eine Person ist jetzt am Mikrofon. Wenn Sie jetzt ans Mikrofon kommen möchten, dann können Sie Ihre Hand hier unten erheben. Raise Hand. Und dann erscheint neben Ihrem Namen die Hand. Ich werde später noch in anderen Videos ein bisschen mehr darüber zeigen, aber ich wollte Ihnen nun mal einen kurzen Überblick über Peltalk.com geben. Eine neue Möglichkeit, über das Internet zu checken mit Leuten von der ganzen Welt. Nicht nur zu typen, nicht nur zu schreiben, aber ihre richtige Stimme zu benutzen und auch andere Menschen zu hören.